Zur Wahl gehen heißt, kommendes Schwerverbrechen abzusegnen. Geschrieben von Wilfried Liebe am 6. September 2009. Zur Wahl gehen heißt, kommendes Schwerverbrechen abzusegnen. Wie Heuschrecken fallen Menschen ein, verkleidet zwecks Alibi, hinterlassen öde Wüsten und geben die Beute bedingungslos ab. Wer goldlos wohnt, ergibt sich fleischlich, darf weiterleben. Erledigt von der eigenen Brot. Im Namen von Johannes dem Täufer, Jesus, Buddha, Mohammed und neuerdings noch Bayerische Landesbank. Uns, dich und mich, uns, schicken Sie zur Wahl. Damit wir Ihr Gangstertum auch noch absegnen. Ihr habt es so gewollt.